So, moin moin liebe Pyrostoff Army und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal die Camellia Flower Mini. Das ist von Katan Fuhrwerk. Legal in Deutschland, nicht erhältlich, aber verfügbar, theoretisch. Schicke, schickes Design. Das ist dieses, ja, was Veko auch teilweise noch hat, oder hatte. Dann zünden wir mal den an. Ja, hat sich umgedreht. Ja, ganz nett, drehen sich wenigstens noch. Ja, sehr gut. Nehmen wir direkt zwei. Ja, das ist echt unnettig. So, und jetzt drei. Das sind auf jeden Fall noch schöne, schöne, ne? Äh, naja, Silberkreise kann man ja nicht sagen, war ja eher Gold. Okay, das war's mit dem Video. Bis dann und bleibt dran. Ciao, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.